Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 26. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 995 und heute habe ich euch die folgenden Themen mit dabei. FFP2-Masken, Karten, Moto G20, Alternativen, Shure Plus und Ervida M1. Ich starte gleich mit den FFP2-Masken. Bei euch in Deutschland ja ein Ding, was deutlich verbreiteter ist, weil auch vorgeschrieben teilweise, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt gibt es wieder mal unschöne Geschichten von wahrscheinlich einer der grössten Profiteure dieser ganzen Corona-Pandemie von Amazon. Da wurde nämlich jetzt herausgefunden, laut einem Bericht des Rechercheverbundes NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung und dem ARD-Magazin Panorama. Die haben herausgefunden, dass Amazon seinen Mitarbeitern quasi das verbietet zu tragen. Sie sollen lieber die einfacheren Masken tragen. Hat natürlich alles damit zu tun, weil man mit FFP2-Masken mehr Pausen zugute hat. Amazon sagt selber, dass die Mitarbeiter das natürlich dürfen. Je nach Ort, wo das Ganze ist. Zum Beispiel in Leipzig dürfen sie das tun. Aber die müssen das selber mitnehmen und dazu kommt, wenn sie dann nach zwei Stunden eine Pause machen, die vorgeschriebene halbe Stunde, dann wird ihnen das vom Überstundenkonto abgezogen. Und das will natürlich keiner und deshalb macht es auch keiner. Amazon sagt halt, ja, will ja niemand. Ich finde es ein ziemlich unschöner Haufen, dieses Amazon und was die so tun. Die könnten da deutlich mehr tun in der Richtung. Aber ja, es sind immer die Grossen, die da so Dinge tun und damit durchkommen leider anscheinend. Bei Apple testet man die neuen Karten-App, welche aktuell schon in Amerika, in Kanada, Grossbritannien und Irland ausgerollt werden. Mit diesem schönen, es heisst nicht, ich weiss nicht mehr, wie dieses Real-View-Geschichte heisst und den 3D-Effekten etc. Das wird jetzt neu auch in Spanien und in Portugal getestet. Nicht über alle Nutzer, sondern eine begrenzte Nutzerzahl. Für die ist es aktuell freigeschaltet. Mal schauen, wie schnell das geht, dass es auch bis zu uns nach Schweiz, Österreich und vielleicht auch Deutschland kommen wird. Dann gibt es Neuigkeiten aus dem Hause Motorola. Die haben neue Smartphones vorgestellt. Vor wenigen Tagen erst für den indischen Markt. Für uns nicht so interessant, weil wahrscheinlich kommen die gar nicht hierhin. Aber zumindest nach Deutschland kommt das Moto G20. Ob es in die Schweiz kommt, weiss ich nicht, weil es ist schon eher ein kleineres, günstigeres Modell. Dennoch kann es, geizt es nicht. Es hat ein grosses Display, 90 Hertz Wiederholraten, 5000 mAh Akku. Klingt alles toll und gut. Was weniger toll und gut für sich spricht, ist der Sock für den verbaute Prozessor, der nur mit 4 GB RAM unterstützt wird. Ich sage nur, weil hier geht es ja um Android, und zwar Android 11 und einen Speicher von 64 GB, der aber erweitert werden kann. Dafür ist es preislich sehr, sehr interessant. Es geht bei euch in Deutschland los mit 149,99 Euro. Das natürlich kann man sich anschauen, je nachdem, was man da braucht. Dann, wer sich Alternativen sucht. Google hat ja sein Fotos, der unbegrenzte Speicherplatz, den begrenzen sie per 1. Juni. Der Zeitpunkt kommt immer näher. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder in Zukunft zahlen, nicht mehr Backups machen, der eigenen Fotos etc. Oder eben nach Alternativen sich umschauen. Das ist nicht ganz so einfach, denn unlimitiertes Speicher bietet fast keiner. Und wenn dann schon, wie zum Beispiel, jetzt kommen wir wieder zum Amazon zurück, die bieten es an, aber nicht für Videos. Da werden dann nur die Fotos rausgespeichert. Und wenn ich da so ein Sorglospaket haben möchte, möchte ich natürlich schon alles raus haben. Zusätzlich kommt dazu, dass da einfach die Bilder hochgehen und fertig. Die kann man sich mal anschauen. Aber die Intelligenz, die Google Fotos bietet, also dass Google alles über euch weiss und die ganzen Inhalte der Bilder und dann aber auch schön für euch aufbereitet, was ja der grosse Vorteil ist, wenn sie schon so viel über euch wissen, den gibt es bei Amazon nicht. Solltet ihr da Alternativen kennen, lass es mich wissen. Beim ein oder anderen Konto muss ich mir das auch mal ein bisschen genauer anschauen. Dann haben wir noch Neuigkeiten für all diejenigen, die ein Shure MV7, das Podcaster- und Streaming-Mikrofon aus dem Hause Shure, sein Eigen nennen. Die hat in der Desktop-App ein Update bekommen. Neu gehabt ihr einen Live-Meter, also die LEDs, die da drauf sind und die Lautstärke anzeigen. Die tun das jetzt in Echtzeit. Und es gibt neuen Night-Mode. Wenn ihr nachts oder im Dunkeln aufzeichnet, was ja hier bei der Daily immer wieder mal passiert, dann leuchten die Lämpchen heller. Klingt banal, ist aber sehr, sehr praktisch. Vielfach heute gerade nicht, aber vielfach ist ja das mein Daily-Podcaster-Mikrofon. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Hinweis für all diejenigen, die auch zwischendurch mal ein Video aus meiner Hand anschauen. Bei mir ist das Rwida M1 Kampf-den-Pollen-Video online gegangen. Wer allergiegeplagt ist und so weiter oder jemand kennt, der sollte ihm oder ihr dieses Video mal weiterschicken, weil das Gadget ist schon extrem eine geniale Geschichte. Und wie ihr hört, ich habe einen leichten Nasal, das befindet sich auf dem Strom, also wird aufgeladen, muss ich mir nächstens wieder um den Hals hängen, damit ich wieder frei atmen kann. Pollen frei sei Dank. In diesem Sinne, Link wie immer in den Shownotes auf daily.kiktok.ch. Und ein kleiner Hinweis, die heutige Sendung für den Montag habe ich schon am Sonntagnachmittag aufgezeichnet. Falls es also irgendwas noch Größeres gegeben hätte, am Nachmittag oder gegen Abend am Sonntag, dann ist das jetzt halt nicht drin. Aber es musste so sein. In diesem Sinn, bis bald, euer Pogipsi und habt einen guten Start in die Woche. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.